Hallo und herzlich willkommen zur 102. Folge Sebastian Front Armies. Wir spielen mal wieder Wehrmacht im 4v4, zusammen mit zwei OKWlern und einem Wehrmachtspieler. Der Wehrmachtspieler ist Kali Yama. Panzerkrieg und Best Tables spielen OKW. Und wir spielen gegen zweimal USA und zweimal Sowjets. Und zwar einmal den Amentum, der spielt USA. Der Ottoman Akinci, der spielt ebenfalls USA. Und Vetmed, Russland, der spielt Sowjets. Yama 206 spielt auch Sowjets. So, das auf jeden Fall erstmal dazu. Und ich bin jetzt gerade momentan am überlegen, ob wir eventuell mal wieder die Luftunterstützungsdoktrin nehmen sollen. Das kommt jetzt wirklich drauf an, was er hier braucht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er das ganz gut gebrauchen könnte. Das ist Panzerkrieg, nee, das ist Best Tables. Okay, der hat so die typischen Dings dabei. Ähm... 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 Ja? Ich habe keine Ahnung, gerade. Wir haben ihnen einen. Holen wir es uns. So, es hat die Frage... Wir sind ja eigentlich eher als Unterstützer dann hier da... ...machen das. Wir machen die unterstützende Rolle. Wir holen uns jetzt auch gleich noch in den Mörser. Und ich denke Wenn wir das haben Also hier müssen wir erstmal gucken Kann man natürlich mal wieder nicht richtig dicht machen Ich hasse das Ne Absolut keine Chance Naja So, das MG schicken wir mal hier hin Die können sich mal hier aufbauen So Jetzt wird's interessant Okay, Kampfrittel Ja, Kampfrittel Kampfmittelräumungspaket Das ist das, was wir jetzt erstmal brauchen Okay, also hier sind schon mal Armees Das ist schon mal interessant Das ist schon mal sehr interessant Gucken wir einfach mal, inwieweit wir Nach vorne können Vielleicht mit einem MG So Schicken wir mal das an Geh hier rüber Wenn wir da reinkommen würden Das wäre schon mal Extrem gut für uns Okay, das ist schon mal blöd Scheint das Haus etwas frei zu sehen Das ist frei Ja, die kommen immer noch ohne Probleme hier durch Das ist genau das, was ich schon meinte Man kann da nicht vernünftig bauen Jetzt haben wir auch noch Telamin gebaut Verdammt, Mist, noch mal Ich hasse einen Schnee zu laufen Kein Hallo Ich hab doch schon abgebrochen Die will ich haben So Wir müssen etwas bauen Braut mal hin Ja, super Ein, sprech doch mal ab So, das ist abgebrochen Ich glaub ja Oh komm, schosst auf Müssen wir doch nochmal hier rüber Und feiern Oh, da könnt ihr mal raufhalten Ich hoffe, dass ihr da einigermaßen was hinkriegt Komm schon Und das mal ein Ah, das irgendwie sollte sich auch nochmal Oh, da auch nicht Ich kann nicht grad sagen, dass er sich da nochmal verziehen Oh 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 Verlieren gerade ganz schön Gebiet hier Wir müssen nämlich irgendwie überall abhauen Tolle Scheiße Ich denke, wir sollten unterstützen Sniff Da hat er seine Base Können wir mal hier hinlaufen Okay Da werden wir jetzt gleich mal Schauen müssen Auf jeden Fall erstmal noch einen Trupp nachrüsten Und wir werden dann eh jetzt gleich erstmal in die Mitte So So Können wir hier überhaupt was bauen Ja, hier könnten wir bauen Bauen wir einfach mal Dö, 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 dö Das ist natürlich schon mal blöd gelaufen Ein neuer Grenadiertrupp ist da Aber Ah ja, gucken wir mal Lü, 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 lü Lass mal alles wieder nach vorne Schickern So Ähm, ja Da läuft es auch gerade nicht so optimal Da sind eine Menge Da sind eine Menge Ich kann jetzt mal eben gucken gehen, bitte Das find ich gar nicht so lustig Wow Da sind ja richtig viele was schon zu viele wir sind das nicht genug auf jeden fall zum glück darauf halten was hier im moment ab geht wird ja nicht mehr feierlich mann 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 wir haben es glaube ich unter kontrolle gekriegt das ist hier ok so sollte das vielleicht klappen geht mal hier rüber zumindest hat das bis hierhin geklappt was ist mit euch wieso aber mal rangehen hier wir mal durchrennen wo sind auch welche hat es noch rechtzeitig gecheckt leider zu schnell nicht so wie ich es mir irgendwie erhofft habe hier alles also möchte ich jetzt mal sagen was ich packen wir das noch das sieht doch gut aus ho so sollten wir mal ein bisschen nach hinten das war ganz schnell okay wir sollten mal die nächste t-stufe eingehen und wirklich mal überlegen nicht irgendwas machen ah sehr gut sehr sehr gut er baut dann mal eben einen Bunker warum ist dann einer von den raus naja mal neu formieren hier also bis hierhin haben wir uns ja ganz gut geschlagen also unsere Seite geht eigentlich könnte schlechter sein sagen wir es mal so müssen wir nur mal gucken dass wir das halt auch von hier an jetzt weitermachen sehr gut ich könnte eigentlich noch mal gucken genau da müsst ihr mal rauf halten so ich würde sagen wir nehmen den da drüben mal ein bisschen was ab haben wir im Moment die Manpower das wird jetzt natürlich nicht schlecht sein wir hatten jetzt auch schon die Möglichkeit von so viel zu bauen aber gucken wir halt mal so was ist jetzt hier da müsstet ihr mal rauf halten kommt schon so der Bunker hat auch so eine Arbeit kommt die Macht kommt schon kommt schon kommt drüber da patsch oh deswegen zieht er sich zurück deswegen das ist jetzt echt ein Problem das ist jetzt wirklich ein Problem und schon das dürfen wir nicht zulassen scheiße na gut genauso wie das hier gerade ein kleines Problem ist oh doof 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 die müssen sich auf jeden Fall jetzt erstmal nachtanken das ist erstmal egal wir müssen jetzt mal zurück nachrüstern bitte und heilen genau da wird repariert ok mal gucken was sonst hier irgendwie und die richtung bewegen wisst ihr sich jetzt nö nö werden wir noch nicht kann dann jetzt vor hm keine Ahnung wo er drauf rollert ja das mit dem Panzer ist so eine Sache da muss man jetzt mal eben schnellstens was gegen tun so gut da müssen wir wir dürfen ja auch nicht alleine lassen irgendwie alles gerade ein bisschen doof ja wir dürfen nicht alleine lassen hm 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 komm schon die müssen ja nimmer hier festpfannen jetzt kriegt der mal hier ein bisschen Unterstützung der Flanker Aua Was ist das? Scheiße, zu spät Nein, wir geben nicht Nein, habe ich gesagt So Bum, bum, bum Aufschießen, die verdammte Scheiße Ich verstehe es nicht Die ballern da einfach so querbeet in den Kamper In der Hoffnung, irgendwie was zu erwischen Okay Nice Nice Komm schon Das Ding ist weg Sehr gut Oh shit Oh shit Äh, zu wenig Unterstützung hier grad Hmmm Da kommt er jetzt grad erst Bin grad echt am überlegen, ob wir uns nicht gleich sogar schon Zweiten holen sollten Das machen wir auch Weil wir sie einfach brauchen werden aktuell Oh, da ist auf jeden Fall unser So Komm schon Neu sammeln, bitte Äh, okay So langsam Tut so alles ganz schön weh Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall mal hier ran Mit diesem Punkt hier nehmen Komm schon Komm, komm, komm Baller, baller Baller, baller, beng, beng, beng Und mal war So Und den Checken wir mal hier rüber Genauso wie ihr hier mal rüber gehen werdet So Einmal schön hier durch Heizen jetzt bitte Bam, 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 bam Einmal alles bitte kaputt machen Ja, guck mal einer an So Das sieht auch gut aus Oh Oh Jetzt haben wir Shit Einen verloren Nicht so gut Aber erstmal egal Na, kommst du? Ja Okay Ungünstig Was machst du? Infanterie Das hilft uns nicht viel Au 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 Okay Das war jetzt wieder mal Sehr ungünstig Sehr, sehr ungünstig Ja, ich glaube Jetzt haben wir wirklich langsam ein Problem Oh Wir haben einfach keinen Treibstoff mehr Das ist jetzt gerade Wir haben natürlich den letzten eben umgewandelt gehabt An und für sich nicht dumm Nur Ich weiß doch nicht, warum die jetzt hier nicht richtig angreifen Unsere Kollegen Äh, vielleicht nochmal hier so Angriffe auf Stuka Wenn wir überhaupt noch mal was erwischen tut Wäre ja mal sehr zu wünschen Zumindest ein bisschen unterdrücken konnten wir sehen Oh Ja, es war halt mal wieder nicht so viel zu unterstützen, wie ich gehofft hab Das ist jetzt wieder dieses typische Ding Und zwar sollten wir mal eben schnell in die Mitte marschieren Muss alles nochmal ein bisschen zu verlängern Äh, kann nichts mit der Manpower machen Das ist so ärgerlich Noch mal zurück Hm Wenn wir wenigstens irgendwie Gegen Paxos hätten Dann wäre das ja schon mal sehr knorkel Okay Oh, guck mal hier Können wir nochmal abladern Au Wow Hm Jetzt haben wir zumindest Panzerknackmöglichkeit Du, 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 du Schauen wir mal Vielleicht klappt das ja einigermaßen Oh, oh, oh Aua, au, au Ja, die kann auch weg Wow Das passieren wir gerade ordentlichst So, wir müssen uns nochmal ganz schnell das hier bauen Die könnt ihr mal weghauen Oh, oh Oh, oh, oh Na, wo bleibt ihr? Ja, zumindest haben wir uns da anscheinend nochmal durchsetzen können Ja, ich hab's gesehen Doch, da meint er uns noch nicht mal wirklich Huh Okay Jetzt muss man aber schnell machen Nein Auch eben ist schwul Sowas ist einfach nur doof Sowas macht man nicht Oh, oh Mal komm Bist du noch einer raus? Ja Ah, Tiger auf dem Feld Schnauze Schnauze Und nerv nicht Geht doch raus, wenn euch das nicht passt Ist euch genauso frei Das ist euch genauso frei So Versuchen wir nochmal hier irgendwie dran zu kommen Oh Da ist einer hops gegangen Was haben die da auf der Seite getrieben? Das frage ich mich ehrlich gesagt Naja Habt ihr, sie nerven einen jetzt nicht mehr Na, guck mal an Guck mal einer an Oh, oh Ja, wenn du dich von hinten beschießen lässt, ist das auch nicht gerade sehr schlau Kann das auch nicht funktionieren Ja, kann das doch nicht funktionieren Ja, wir können noch ein bisschen was rausreißen Hauptsache das Ui... 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 Na Na Und da war nochmal irgendwie vielleicht Wäre super Irgendwie nicht Die machen das gerade ganz schön gemein Weil sie trotzdem ganz schön kassieren Mit dem Populin-Truppen Komm schon Ja, sehr gut Auch wenn sie uns hier trotzdem irgendwie ganz schön in der Base halten Hat mir gerade egal So Komm, wir können auch genauso gut Einfach alle Truppen einfach als eine Gruppe nehmen Müsst ihr jetzt einfach nur noch mal ein bisschen Aua machen Komm schon Ähm, Treffer Und weiter geht's Und schon Komm schon mal ran da Komm schon mal, ein Kletter IS Egal Einfach weiter Naja Für die letzten zwei Spiele war das quasi dann so die Retour-Kutsche Könnte man so sagen Wir haben noch nicht mal was bekommen Sniff Naja Gucken wir mal, was die Punktekarte sagt Interessant wäre das trotzdem mal Gelb und ich weiß gar nicht, welche andere Farbe das war Gucken wir einfach mal Boah 17.000 Gelb und türkis war das glaube ich, die beiden Hm Das ist eigentlich nur er, der hier so ein bisschen versorgt hat Ich weiß gar nicht, warum er sich immer wieder entschuldigt hat Tja, wir haben noch nicht mal irgendwie Truppen verloren Wir haben echt nur unsere blöden beiden Panzer verloren Also Könnte man eigentlich schon fast sagen Wir haben eigentlich alles gemacht Was wir hätten tun können Tja Schade, schade Ich hoffe trotzdem, ihr habt soweit irgendwie Spaß daran gehabt Und Ja Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Spiel Auf bald